Weiter geht's in der Euroliga! Mensch, Shamrock Robles gegen Pinky Dortmund! Unglaublich! Du hast ja was. Ja, unglaublich, oder? Unglaublich, oder? Ja, letzte Part von unserem kleines Special, wo wir die alten Spieler gezeigt haben, sofern die noch aufgetaucht sind. Die meisten sind es nicht richtig. Glück, stopp. Genau, ich wollte gerade sagen, alle abgekratzt. Ja, und heute geht's gegen Shamrock. Ich glaube, Irland, oder? Das ist Shamrock, das ist Irland. Ja, das ist Pinky Dortmund hier. Lüdecke, Zanetti, Bastions, Capellari, Pandavits, Draxler, Krebs, der Rest wird einfach weggeblendet. Warum auch? Wen interessiert bitte? Der Sturm. Ja, wir müssen uns auf einen harten Fight einstellen, denn die Iren, they love to fight und so, ne? Genau. They love to entertain us. So, gleich mal die Freistoßgelegenheit. My name is Finlay, and I love to fight. Du, 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 du. Du wirst die, sie finden, ne, wieder. Das ist ein Kumpfil. So. Guck mal. It's a shamrock rover. Watch your head. The charismatic football players scored a goal. Skored a goal. Ah! 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 Ja, das ist natürlich schlecht. Sorry, was? Da kam der Brawkick und da war er drin. They love to fight, da muss man natürlich aufpassen. Oh, nee, oh, hier mit dem 1-0 macht die ganzen Kobolde dann in diesem Land glücklich. Die rutschen jetzt alle über einen Regenbogen zu ihrem Zopf. Pf, na, Gold. Geil. Und jetzt tanzen sie alle hier, diesen irischen Tanz. Die ganzen Ginger. Oh, Ronald McDonald! Hallo, Ronald! You drew me on the Tränebank here! Hallo, Winkman! Oh, McDonald on the farm! Eieieieieiei! Oh! Und auf der Farm hat er Ginger! Eieieieio! Ginger hier und ginger da! Hier und die Re outreach gzwang. Ginger und so weiter. Oh, McDonald had a farm! Eieieieiei! Oh, McDonald had a farm! hier haben wir auch hoch ein Dorf ist ein Bild Schäfer ist wir haben hier auch auf dem Sitz ist es hier auf der Sitz der Leer Herr das sei ja nicht Ronald McDonald man kann sich auch Menschen halten Kappel an die Trittin um das ist der Teil der Karte was ist was das ist was der Wasser aus der Art der Art der App den Ginger umgenietet ich bin wirklich offen so was herkunftsländer hat sich vorgenommen in seinem leben mindestens einen freund aus jedem land zu haben ja vorher geht er nicht der genau du musst einfach von der wettloser ich hatte noch keinen freund aus arbeitern 10 points don't do adabai-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da 2 bund tot hat damals aber sei ja gerade eben was auf jeden Fall nicht damals ist nicht hier hier ließ sie executed lo haut-geber ich kann hofer 3 emmsteiger nur über die Welt hier gut die st Yes! Ausgleich! 45. Minute. Was ist mit deinem Arm los? Voll gegen den Stuhl gehauen mit dem Ellenboot. Was ist die direkt? Ja, jawoll, hat er Schmerzen. Super. Los, trifft erst den Pfosten, dann ist der Ball in den Maschen. Maschen drop sound! In the morning! Maschen drop sound! Das ist nicht arisch genug. Weiter, immer weiter. Wo wir bei arisch sind, ne? Ich habe letztens, oder wir schauen nicht, für den Napolar Elite, für den Führer, kennst du den? Den finde ich schon krass, so ein bisschen. Wenn du überlesen, wie die... Das gibt erstmal den gelben Karton, das ist überhaupt nicht krass. Das muss so sein. Wie die die Kinder einfach da beeinflussen, dass sie einfach richtig gehorsam zeigen und keine Gnade. Das ist krass. Ja, war halt damals so. Ja, oder überleg mal, das ist jetzt immer noch so. Wenn du überlegst, jetzt hier in den Dritten Welt... Ja, Dritte Welt ist falsch, in Syrien, sag ich mal eher. Die Araber. Ja, richtig. Du sagst ganz allgemein. Das ist krass, wenn du sagst so, ja, nee, Kinder kommen, tötet einfach andere Kinder, weißt du? Weil die sind, glauben nicht das, was wir glauben. Oder die Nordkoreaner generieren halt solche Regimes, weißt du? Also das ist schon krass. Ja. Zurück zum Fußball. Lüdecke auf Desk, das reicht! Lüdecke auf Desk, das reicht! Krasse Vorlagen, so. Wenn du das zerteilt, ist es nicht Tito's. Nein, der ist Tito's. Oh, they're enjoy, welcome back to Raw, this is Tito's O'Neill. Was, was ist denn fast Raw, was ist das denn? Das ist auch ein Kumpf von mir. Ja, welcome back to Raw. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, welcome back to Patrick. Das war einfach... Au! McCourt, meinst du, geht zu Gericht? Au! Au, Walter? Starre when they die Uhr und je次kepzenOUGH dat an. Was ist das? Maschen in the south in the morning. Push uponoce paintings. Wow. Yum. Wackel schwaber. schwabe schwabe schwabbel, schwabbel. Schwabbel war bisher weil alles wabel war wert. Das ist wichtig, ne? Bier! Schön! Ja, nicht schön. Klosse hier in den Mien, komm. Komm, Nimi. In den Himmel kommt er? Klos kommt auch in den Himmel, weil er jetzt den Ball verschenkt hat. Okay. An einem Bedürftig. Denn der hatte... Ne, der hatte nämlich am Ende des Regenbogens nicht genug... Ja! Geld im Topf. Vor allem so... Red, red, red. Ja! Red, red, red. Jörg! Jörg! Hier sehen wir, dass er mal schön... Und dann vor... So Millimeter... Der wollte da einfach gegen den Ball laufen. Normal macht man so in Irland. Dillin, dillin, dillin. Alter, schieß aber... Ronald McDonald had a far. Oh, McDonald had a far. Auf der hat gar nichts gehört. Das... Gibt keinen Fall, denn das war... Minimal. Ja. Ja. Minimal. Ich hab fast keiner Haare mehr. Freistoß getreten durch Michael Olthoff. Latte, Nachkopfball, Tor. Das ist die Entscheidung. Oh, super. Ich hab' das... Aua! 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 Da stand ich da! Da hinten rechts in der Trailerbank, nur wir haben verschmolz ihn. Ja, wir haben verschmolz ihn. So, Doping. Ah, guck mal der Armstrong war's! Joder Armstrong! Ja, der Armstrong. Das war unnötig. Ja, es war ausgiebig jubeln. Bro-Kick! It's a shame. Jetzt kommt die Talkmusik. Watch your head! War's nicht, ey, der Carltec Cross? Gibt's nicht mehr. Jetzt gibt's noch Bro-Kick und The White Noise. Das ist echt. Keine Ahnung. Manchmal gelesen, The White Noise. Aber Celtic Cross war ja auch hier vorhin Finn, ne? Oh, ja. Also von daher gibt's ihn wohl noch. Ah, Findi ist gefeiert. Nee, der ist doch hier Backstage unterwegs. Ah, ja, stimmt. Aber war zwischenzeitlich gefeiert. Ja, aber dann war er Backstage unterwegs. Dann war wieder gefeiert. ZITAAAN! ZITAAAN! Denn dann war er wieder gefeuert. Dann war er wieder gefeiert. Dann war er wieder wegstage unterwegs. Das ist der Schlussgedanke, äh, püff! Das ist der Schlussgedanke, äh, püff! Der Schlussgedanke, danke fürs Zusehen! Das war's. I've received just a message. From the anonymous? Raw General Manager. Wissen das? Statistiken. Ergebnisse. Ich google schnell mal auf die anderen Partien. Bayern München hat 7 Punkte. Paderborn kommt nicht vom Fleck. Die Kölner hatten wir noch hier irgendwo 6 Punkte momentan. So, die Stimmen. Heute war es ein sehr enger Spiel. Oh, 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 eng! Beide Mannschaften in das Spiel gewinnen Chorny. Auf so einem Niveau entscheidend kleine Feeder. Mit einem bisschen Gluck haben wir das Spiel nach Hause geschafft. Hallo! Hallo! So! Verhandelt. Amateur? Ach komm, der will ja auch nicht viel. Hier hinzufügen entfernen. Denn sowas geht ja gar nix. Zwei Jahre verlangen wir. Du kriegst gar nix. Der Flo, der würde dich überhaupt zurückholen. Wieso? Was? Ist das zu wenig? Was? Kannst dann ein bisschen entfernen. Ich hab da auch. Hier zum Beispiel hier. Der Gerät. Naja, hab ich schon gemacht. Ja, steht auch hier. Hier. Falsch. Was ist mit euch falsch? Ihr kommt zurück zu uns! Zu eurer alten Heimat, da wohl nicht gemobbt. Also meistens nicht gemobbt wurde. Also am wenigsten! Genau! Also... Also... Also ja gut. Farger Absatz ist natürlich klar. Aber... Aber der Rest? Na? So, was ist hier los mit die Walbers? Was? Klos fällt aus, drei Tage. Einigung über Wechsel. Ja, dann wechselt er jetzt oder was? Tatsache. Ja. Ablöse frei. Okay. Die anderen überlegen sich's noch. Die kommen dann aber auch erst zur Winterpause, ne? Ja. Was ist mit dem immer noch diese Wadenprillung da aus? Ja, einfach noch. Fitspritzern! 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 Ja, Guys! Dann danke fürs Zusehen! Das war der 301. Part vom FM12! Ciao! Ja. Ciao. Ja!